Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um mein kleines E-Book Saxophon Essentials. Das war eigentlich als Weihnachtsgeschenk für meine Kursteilnehmer gedacht und meine Newsletter-Abonnenten. Und ich kriege aber immer wieder Feedback dazu, dass die Leute wirklich viel damit arbeiten und üben und auch oft fragen, wie denn jetzt genau die Übungen zu spielen sind. Und da habe ich mir jetzt gedacht, kann ich ja auch in meinen Videos ab und zu mal die ein oder andere Übung aus diesem kleinen Büchlein vorstellen. In diesem kleinen Heft habe ich so auf circa 40 Seiten so die für mich wichtigsten Übungen für meine Schüler zusammengefasst. Also das sind Soundübungen für Anfänger, für fortgeschrittene Intervallübungen, Übungen für Töne in den Extremlagen, technische Übungen, also rhythmisierte Tonleiterübungen, chromatische Tonleiter und so weiter. Und die habe ich eben hier einfach mal so zusammengefasst. Und heute möchte ich aus diesem Büchlein zwei Übungen für euch spielen. Das ist einmal die Übung mit Quarten und Quinten, also eine Intervallübung. Und danach eine Übung, wo es um die tiefen Töne geht, Sensibilisierung für die Extremlagen, Übungen mit den tiefen Tönen. Und in der Videobeschreibung findest du den Link zum Download dieses kleinen E-Books als PDF. Und so kannst du auch direkt die Übungen mitspielen. Beginnen möchte ich mit der Übung Quarten und Quinten. Auf Seite 11 siehst du die. Und diese Übung hat ihren Ursprung im Büchlein Toptones von Sigurd Rascher. Aber im Original fängt diese Übung eben in einer sehr, sehr hohen Lage an. Und ich sage immer zu meinen Schülern, wenn du eine Einspielübung machst, dann beginne bitte in einer mittleren Lage, wo noch alles gut funktioniert, und arbeite dich erst nach und nach in die Extremlagen vor. So, diese Übung beginnt im A-Teil. Das sehen wir hier ganz gut, beginnt beim eingestrichenen H. Dann wird eine Bindung gespielt zum E2. Das ist eine Quarte. So, ne, also vier Schläge anhalten, dann rüberbinden, eine Quarte höher. So, und dieses Kernmotiv wird dann eben abwärts geführt, ganz so ein tiefer A wird angebunden zum D. Dann wieder ein ganz so ein tiefer G wird angebunden zum C und so weiter. Ne, und schließlich kommst du unten raus beim tiefen H, beim kleinen H, Bindung vom H zum E. Im B-Teil geht es dann noch ein Halbton tiefer bis zum tiefen B, tiefste Note auf dem Instrument, und dann werden Quinten aufwärts gespielt. Also von B zu F, dann von C zu G, von D zu A, von E zu H und so weiter. Im C-Teil wird diese Übung fortgeführt, ne, ich habe da eine neue Markierung gesetzt mit dem C-Teil, weil das quasi der Beginn der mittelhohen Lage ist. Also da spielst du in die zweite Lage rein, ne, D mit Oktavklappe, Quinte hoch zum A, dann E, Quinte hoch zum H, Fis, Quinte hoch zum Cis, Gis, Quinte hoch zum Dis, und B oder Ais, Quinte hoch zum F. Das ist der dritte Teil der Übung. Im vierten Teil werden dann Quarten abwärts gespielt vom H2 runter bis zum tiefen B und im F-Teil werden nochmal Quinten aufwärts gespielt. Also du siehst, diese Übung geht über zwei Seiten und ist sehr, sehr umfänglich. Du musst die aber jetzt nicht zwingend immer komplett üben. Also ich sage zu meinen Schülern, wenn die diese Übung spielen wollen und üben, hey, spiele zwei oder drei Formteile. Das ist völlig ausreichend als Einspielübung, als Long-Note-Übung, um deinen Sound zu verbessern. Deswegen suche dir da so zwei oder drei Abschnitte aus, die du dann üben kannst. Es ist halt nur wichtig, dass du eben nicht in einer Extremlage anfängst, also dass du meinetwegen nicht mit, was haben wir denn da, dass du eben nicht mit Buchstabe H meinetwegen anfängst, was direkt in einer sehr, sehr hohen Lage startet, sondern dass du immer in einem Tonumfang startest, wo du gut Kontrolle hast und Töne gut kontrollieren kannst. So gehen wir nochmal zum Anfang der Übung. Da siehst du auch Tempobezeichnung, Tempo 40 bis Tempo 60, also wirklich langsames Tempo, schön die Töne aushalten, auf einen gleichmäßigen Tonverlauf achten und auch auf eine gleichbleibende Ton-Intensität-Klang-Dichte achten, dass die Töne sehr gleichmäßig klingen. Und wenn du diese Übung gut und souverän spielen kannst, dann kommt natürlich das Stimmgerät ins Spiel. Dann kannst du diese Übung natürlich auch mit Stimmgerät üben, dann ist es eine sehr, sehr gute Intonationsübung auch. So, ich spiele jetzt die Übung Quartenquinten auf dem Altsaxophon, den A-Teil und den C-Teil, Tempo 44 wähle ich mal aus. Und hier ist auch entscheidend, diese Übung ist sehr anstrengend, dass du genügend Pausen machst. Also wenn du nach vier Takten oder nach sechs Takten feststellst, oh, ich habe überhaupt keinen Ansatz mehr, dann ruhig, ne, acht Schläge mal Pause machen und wirklich hier entspannen. Denn du solltest hier nicht fest werden beim Spielen, weil wenn du irgendwie spielst und du wirst dann hier fest, dann übst du das oder verinnerlichst du das mehr, diese feste Position. Aber es ist entscheidend, dass das hier eben noch schön geschmeidig ist und nicht zu fest und, ne, dass du nicht schon anfängst zu drücken. Deswegen ruhig Pausen machen, das ist sehr gut und überhaupt nicht schlimm. Okay, los geht's, Tempo 44, A-Teil und danach C-Teil. Okay, los geht's, Tempo 44, A-Teil. 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 . . . Weiter geht es mit einer zweiten Übung, Übung tiefe Töne. Die Töne in den Extremlagen, die müssen wir zwangsläufig separat üben, weil erstens brauchen die Töne in der Extremlage viel Zuwendung, weil sie oft nicht so einfach erstens mal von der Tonansprache zu treffen sind. Intonation ist auch oft ein Thema und auch bei den hohen Tönen ist auch oft das Greifen oder bei den ganz tiefen Tönen auch das Greifen ein Problem, weil man das nicht so oft macht und die Finger sehr gespreizt werden müssen oder der kleine Finger bis in die Randlage sozusagen greifen muss. So und allein deshalb macht es schon Sinn, diese Lagen mal separat zu betrachten. Schauen wir uns jetzt diese Übung tiefe Töne an. Die steht auf Seite 15, so ungefähr in der Mitte der Seite. Und zwar siehst du hier sehr deutlich, das ist eine Chromatikübung, die fängt in einer mitteltiefen Lage an, beim G und arbeitet sich dann Schritt für Schritt chromatisch abwärts, also vom G zum Fis, vom Fis zum F, vom F zum E. Alles gebunden und auf dem E ist noch eine Formate, das heißt, dieser Ton wird noch ein bisschen länger ausgehalten. So und somit arbeitest du dich sozusagen Schritt für Schritt in die tiefe Lage und dadurch, dass die Töne gebunden sind, kannst du den nächsten Ton immer gut anschließen. Weil das Anstoßen der Töne in der tiefen Lage ist natürlich wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als das Binden. Na, dann spielst du quasi im A-Teil chromatisch abwärts, also erstmal von G chromatisch abwärts bis zum E, dann vom Fis chromatisch abwärts bis zum Dis, vom F chromatisch abwärts bis zum D und so weiter, bis du dann unten beim tiefen B angekommen bist. So wenn du jetzt sagst, das ist ja alles ganz schön, aber ich kann diese tiefen Töne noch gar nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist auch total gut, wenn du diese Übung A im A-Teil erstmal nur die erste Reihe spielst, wenn du erstmal nur bis zum D spielst, das ist auch total prima. Weil das sensibilisiert dich schon mal dafür, dass du da unten die Töne gut triffst. Und dann mit dem Cis und dem C, dem H und dem B, wenn es dann richtig weit runter geht und du mit dem kleinen Finger viel zu tun hast, da muss man natürlich auch erstmal ganz sicher auch die Griffe parat haben. Also wie werden die Töne gegriffen, wie ist deine Fingerposition da am Instrument, dass du sicher greifen kannst. Und nur wenn du auch sicher mit den Griffen bist und auch die Klappen richtig geschlossen sind, kommen natürlich auch die Töne raus. Weil ich erlebe es halt immer wieder, dass die Leute so ungefähr wissen, wie die Töne gegriffen werden, aber eben nicht so zupackend dann eben greifen. Das heißt, wenn ich jetzt ein tiefes H greife, dass ich wirklich genau weiß, welche Klappen geschlossen sind und dass es wirklich auch total sicher ist und die Finger genau wissen, wo sie hingehören. Das muss natürlich auch geübt werden. Aber wenn du sagst, ich spiel die erstmal nur bis zum D, ist auch völlig ausreichend. So, das ist der A-Teil. Wir nähern uns über die Bindung in die tiefe Lage, Schritt für Schritt. Im B-Teil geht es um das Artikulieren, um das Anstoßen. Die Übung ist im B-Teil natürlich schon wesentlich anspruchsvoller, weil da spielst du eben Achtelnoten, also 2 mal G, 2 mal Fis, 2 mal F, 2 mal E. Und dann geht es weiter. Also eigentlich ist diese Übung identisch mit dem A-Teil, nur eben, dass du Achtelnoten spielst, wird auch wieder chromatisch abwärts geführt und auch angestoßen. Und auch hier, wenn du sagst, ich spiele die nur hier bis zum tiefen D, ist auch erstmal völlig okay, um ein gutes Gefühl für die tiefe Lage zu bekommen, um auch zu merken, wo ist der Tonsitz, also wie muss ich hier anstoßen, dass ein tiefes D rauskommt. Das ist halt auch total entscheidend, dass man da auch erstmal sicher wird, weil wir haben beim Saxophon so ein bisschen das Problem, dass wir zu schnell zu viel können, gerade die Anfänger. Man fängt an zu spielen und man kann direkt mal so 10, 15 Töne spielen, das geht total schnell. Und dann denkt man halt so, das geht jetzt ewig so weiter, auch jetzt auf die Extremlagen bezogen, dass man da die Töne genauso treffen kann wie ein mittleres C oder ein mittleres A. Aber wie gesagt, die Extremlagen brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. So, ich spiele jetzt einmal für dich die Übung mit den tiefen Tönen. Töne, 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 Töne. 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 Töne, 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 Töne. Töne, 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 Töne. Um, 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 um. Um, 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 um. ZANG EN MUZIEK 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 meinem kleinen Übungsheftchen Saxophon Essentials. Wie gesagt, den Download-Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, und schreib mir gerne, ob diese Übungen dir gefallen und ob du sie auch vielleicht in deine Übe-Sessions mit integrieren kannst. Ich freue mich da sehr über eine Rückmeldung. Okay, das war's für heute. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße!